Lampukistan Gaming ist hier mit einem neuen Video zu Fallout 76 und zwar zeige ich euch heute die Stelle an der ihr eine Powerrüstung finden könnt zwischen Louisburg und dem Big Band Tunnel. West befindet sich die, da müsst ihr immer die Gleise entlang laufen Richtung diesem Big Band Tunnel, dann findet ihr direkt vor einem Eisenbahnwagon dieses Gerüst für eine Powerrüstung und dann sind auch, wie ihr seht, ein Fusionskern und ein Bein und ein Arm, das variiert immer, dann könnt ihr euch den Fusionskern schnappen und danach das Teil einsammeln und für später verwenden. Ja, das war es von meiner Stelle, macht's gut und bloß kein Stress.